Ja, hallo und willkommen hier bei diesem Video, was wieder mal unter der Kategorie zusammengebastelt läuft. Und zwar, ihr seht es vielleicht, da hinten sind die Raumschiffe weg. Ja, ne, die Star Trek Modelle. Aber wer die anderen Videos von mir verfolgt hat, weiß, ich hatte noch zwei, die ich bestellt habe, die bisher nicht vorgestellt worden sind. Und ich habe jetzt mal Gelegenheit gefunden und auch Zeit gehabt, diese zu bauen. Ja, und deswegen fangen wir an heute mal mit der Enterprise NCC1701A. Ich halte mal hier, ja, das ist die Bauanleitung, ins Bild. Ich halte sie auch gleich mal ein bisschen näher, damit ihr was gucken könnt. Dazu aktiviere ich mal hier den Autofokus. Ich hoffe, dass auch alles scharf gestellt wird. So, also, Enterprise NCC1701A, so sieht die Bauanleitung aus, von vorne, so von hinten. Im Prinzip ist das, Moment, genau das gleiche wie mit der Box. Die ist bloß so groß, dass ich sie nicht so richtig ins Bild halten kann. Deswegen, Box von hinten und vorne, identisch mit der Bauanleitung. Ja, deswegen habe ich die Bauanleitung als erstes in die Kamera gehalten. In der Box, die sehr stabil ist, ist ein sehr guter und stabiler Pappkarton, kriegt ihr dann hier so einen Schober, ja, der ebenfalls sehr stabil ist. Da sind mehrere Tüten. Zwei Bauabschnitte haben sie gemacht, die sich jeweils in unterschiedliche Tüten untergliedern. Ähm, im Prinzip alles ganz einfach, ganz easy. Ich schlag mal hier so ein bisschen die Anleitung auf. Ja, das ist so, damit ihr, damit ihr mal seht, wie das so ist mit der Anleitung. Das sind so einfache Bauabschnitte. Ähm, ihr konstruiert als erstes das Schiff mit, äh, der Untertassensektion. Na Kamera, komm, stell dich, stell dich scharf. Jetzt. So, also, ihr, ihr konstruiert als erstes praktisch das Schiff mit der Untertassensektion und als letztes, hier sieht man's, ähm, das da baut man zuerst und dann kommt der Rest Ständer und, äh, Bobgondeln. Genau, ne? So, das ist sozusagen hier der zweite Bauschritt. Jetzt habe ich ganz viel von der Anleitung gezeigt. Also, im Prinzip keine großen Fragen in der Bauanleitung. Alles super, alles großartig, alles toll. Ich hatte bei den Warpgondeln, weil ich die hier gerade aufgeschlagen habe, meine Bedenken, dass die halten würden. Na, ich hoffe, man sieht's, was ich meine. Weil die werden nämlich gekonzipiert und, ähm, anschließend auf jeweils, ich glaube, vier oder waren's? Es waren drei Noppen. Auf drei Noppen. Drei Noppen in einer Breite, äh, ja, raufgepackt. Aber zum Glück muss ich sagen, das Schiff ist ganz gut geworden. Ich halte es mal in die Kamera. Aber ich halte es absichtlich aber an der, äh, Rumpf-Sektion fest. Ich werde's gleich erklären, warum. Also, das ist das Schiff. Die Enterprise NCC-1701, bekannt aus den Kinofilmen. Hier handelt es sich um das A-Modell, das ja im fünften Kinofilm seine richtig große Premiere feierte, ähm, als die Original-Enterprise im Umbaumodus. Also, das ist ja sozusagen die umgebaute Fassung der Original-Enterprise, äh, zerstört worden ist. Na, wir erinnern uns, in Star Trek 3, auf der Suche nach Mr. Spock, ist das Schiff abgestürzt. Und, ähm, bemerkenswert, es sind keine Prints verbaut. Es ist alles, äh, gedruckt. Ja, äh, keine Prints verbaut. Kein Sticker verbaut, Entschuldigung. Keine Sticker verbaut. Das sind alles Prints, auch hier oben, ähm, auf der Untertassen-Sektion, äh, das USS Enterprise NCC-1701A geht über zwei Steine. Die waren bei mir sogar schon zusammengeknippert, ähm, also nicht auseinandergenommen. Man hat gesehen, sie wurden zusammengemacht, dann wurde es bedruckt und dann wurde es ausgeliefert. Das gleiche gilt hier, ähm, ja, da. Das ist auch, äh, gedruckt. Und, ja, wie gesagt, der Strich hier, das Föderations-Logo, die Fenster, äh, hier oben, ähm, Name und Kennung und die Medaille. Ist ebenfalls gedruckt, die ja gerade nicht so richtig scharf steht, weil ich noch hier im Bild bin. Ähm, egal, ich lese mal vor. Das ist, ah, hier sieht man übrigens etwas, was ich meinte mit den Warp-Gornen. Ich hatte Befürchtung, dass sie nicht halten. Das ist im Prinzip ein ganz simpler Klapp-Mechanismus, den man hier gebaut hat. Ähm, ich kann sie mal abmachen, dann sieht man es vielleicht. Guckt mal. Ah, Kamera, stell doch mal scharf. Naja, aber man erkennt es, glaube ich, auch ein bisschen im unscharfen Modus, ähm, so kleine Greifhaken, an die dann das gesamte Warp-Gondel-Ding hier praktisch rangebaut wird. Es ist aber im Prinzip nicht so, ähm, schwer und deswegen hält es. Was nicht gut hält und deswegen habe ich es geändert. Man sieht übrigens hier, das Schiff ist nicht mittig, weil auf dem Ständer, ich mache den Ständer mal ab, der Ständer ist bei der Firma immer das große Problem. So, ich muss mal gucken, dass ich das Schiff irgendwie abstellen kann, ohne dass es mir auseinanderfällt. Es steht übrigens, ja, also wenn man das abnimmt und man stellt es auf den Tisch, steht es. Äh, man kann es also auch ohne Ständer hinstellen, wenn man es möchte. Es ist gut ausbalanciert, nach vorne und hinten kippt es nicht um. Und nicht über. So, der Ständer, der hat normalerweise hier oben, ich habe jetzt eine Viererplatte, eine ganz normale, der hat da sozusagen, ähm, noch zwei Einzelplatten, die in der Mitte dann nur einen Noppe haben, auch in Trends, äh, durchsichtig, oder wie das heißt. Ähm, wenn man die aber nimmt und dann das Schiff oben rauf packt, wird es instabil, ja. Und, ähm, das Nächste, was mir beim Ständer auffällt, also erstens, es ist schön, dass Blue Bricks immer das Föderationslogo nachbildet. Das Ding ist aber immer noch sehr fragil. Man sieht schon, wenn ich ein bisschen dran wackele, wo die Bruchstelle ist, genauso wie hier unten gerade, ähm, die Bruchstelle ist im Prinzip hier unten und, ähm, setzt sich dann hier oben praktisch fort, weil es einfach nur zwei Teile sind, die in der Mitte zusammenge, ähm, geknippert werden. Und genau wie bei der Enterprise NCC-1701D, dem Schiff von Captain Picard, in der Mitte ist es einfach nur mit einem Viererblock, das hier befestigt. Und das sind zwei einzelne Stangen, die dann mit der, ähm, viermal vier Platte, äh, viermal, ja, also mit der Viererplatte rum, ähm, praktisch, also zweimal zwei Platte, also, ähm, befestigt werden. Ja, also wenn man das hier auseinanderzieht, dann sieht man es, was ich meine. So, und das Ding wird einfach nur eben in dieses Loch hier reingesteckt und wenn das dann da drin steckt, dann, ähm, soll das das gesamte Schiff tragen. Und jetzt sieht man vielleicht auch schon die Konstruktion hier unten. Ah, jetzt bricht er mir schon auseinander. Wenn ich mal ein bisschen gegendrücke, er hat hier wirklich kaum Halt. Man kriegt zwei Teile und dieser Punkt hier, wo das Gestell drauf liegt, das drückt sogar leicht nach unten durch, sodass der Ständer, egal wo man ihn hinstellt, nicht komplett, ähm, auf dem, äh, muss man kurz ein bisschen hier halten, Moment, äh, sodass er nicht eben auf dem Boden steht. Das ist das große, große Problem dieses Ständers, ähm, wenn man das, äh, Ding, praktisch das Schiff auf den Ständer packt. Dadurch, dass hier unten auf der Unterseite sozusagen die Steine, ähm, ja, ich sag jetzt mal richtig sind und die anderen liegen, ja, ähm, ist es nicht eben das gute Stück. Und dann taucht dieser interessante Effekt auf, wenn es nicht eben ist, wackelt es ganz, ganz minimal. Es ist noch nicht einmal ein Millimeter, die der, äh, Ständer wackelt. Aber Problem an der Sache ist, dadurch wirkt das Ding instabil und wenn man dann jetzt hier oben noch die vorgesehene, ähm, Befestigung nimmt, dass da nur jeweils zwei einzelne Noppen sind, damit das Schiff mittig befestigt wird, dann wackelt das Schiff noch mehr. Und, äh, meine Empfehlung ist, es sieht dann zwar nicht ganz perfekt aus, aber macht praktisch die zwei einzelnen Transclear-Platten da oben wieder weg, sodass vier Noppen existieren, an die man das Schiff, ähm, befestigen kann. Und dann ist auch gut. Besonders, weil, das halte ich jetzt auch mal in die Kamera, ja, die Wop-Gondel kippt um. Klar, die ist hier ja nur so, wirklich nur ganz leicht, äh, befestigt. Aber sie bricht wenigstens nicht ab. Zumindest in meinem Modell nicht. Man sieht übrigens unten, man hat die Möglichkeit, das Schiff stabiler zu befestigen, weil es unten einfach, äh, Noppen hat. Also, Noppenöffnung hat. So, wie gesagt, die Wop-Gondeln sind im Prinzip nach oben klappbar. Sie fallen durch das, äh, durch, durch die Erdanziehung, durch die Schwerkraft halt nach unten. Ähm, kein Problem. Das Schiff selbst ist relativ stabil. Die Untertassensektion ist, ähm, fest. Ähm, mir fällt, also, mir ist bisher noch nichts vom Schiff abgefallen, muss ich sagen. Es ist kein Spielschiff, also das, was ich hier gerade mache mit, wir fliegen mal durch die Gegend, sollte man mit ihm nicht machen, aber, ähm, es hält. Ja, also ich sage jetzt mal ganz grob, das Schiff hält, es fällt jetzt nicht auseinander. Ähm, es kann natürlich, immer wenn mir die Wop-Gondel kippt, denke ich, es fliegt mir gleich auseinander, aber, ähm, es, es, es ist relativ stabil. Ja, es ist relativ stabil. Man kann es sozusagen mal transportieren. Man sollte es aber, ich glaube, zum Transport wirklich vom Ständer abnehmen. nicht den Fehler machen, praktisch den Ständer hochhalten und hoffen, dass das Schiff oben drauf bleibt, weil dafür ist das Ding dann doch zu fragil und, ähm, dann stürzt das Schiff unter Umständen ab und dann habt ihr den Salat, weil, ich sage mal so, wenn die, wenn es nach vorne auf die Untertassen-Sektion kippt, bricht euch hier praktisch, ähm, diese Verbindung ab. Äh, wenn es auf die Seite kippt, ähm, fallen euch die Wop-Gondeln ab. Also, ich sage mal so, es ist nichts, was nicht reparierbar ist, aber ihr hättet dann mehrere Teile. Garantiert, ja. Äh, von der Verarbeitungsqualität hatte ich Glück. Ich habe keine, ähm, Steine gehabt, die jetzt nicht irgendwie, hängen blieben, ja, also die eine gute Klemmkraft hatten. Von perfekter Klemmkraft möchte ich mal nicht reden, weil besonders diese, ähm, halbrundenteile hier, also halbrund sind es ja noch nicht immer, es sind ja viertelrund, ähm, die neigen bei der Firma dazu, gerne mal, äh, ich sage jetzt mal abzufallen. Aber, ich habe ganz, äh, Glück gehabt, das Schiff als Schiff ist so, zumindest so stabil, dass es, ähm, mir nicht auseinandergefallen ist bisher. So, ich versuche es immer so ein bisschen noch in die Kamera zu halten, damit man es vielleicht auch mal von links, rechts, oben, unten und so weiter sieht. Ähm, ich versuche es auch mal von hinten. Ähm, sie haben es insgesamt sehr schön gemacht. Wenn die Warpgonnen nicht ganz symmetrisch sind, die sind hier praktisch auch, ich versuche es mal, äh, ich glaube, man sieht es, wap, irgendwas hebt sich gerade ab, man sollte es nicht zu sehr machen, äh, Kanten, die sind hier oben auch nur zum Kanten geeignet. Okay, ich merke gerade, hier ist eine Bruchstelle, man sieht es, wenn man zu sehr kantet, hat man zwei Teile. So, da seht ihr übrigens auch, wie das befestigt ist. Im Prinzip, ihr habt, ähm, nur zwei kleine Punkte, die dann hier befestigt sind und wenn man eben nicht aufpasst, hebelt man das ein wenig ab. So, das muss man wieder festdrücken, dann geht's auch wieder. Deswegen sag ich ja, kein Spielschiff fällt unter Umständen auseinander. Ich hatte aber im Großen und Ganzen mit dem Schiff Glück. Äh, die Klemmkraft ist in Ordnung bei dem Modell. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es auch Modelle gibt, wo die Warp-Gondeln nicht halten, weil die, ähm, Steine dann halt nicht klemmen hier. Irgendwelche an den Seiten sozusagen, dass diese Teile hier, ähm, dann nicht so wollen, wie sie sollen. Sozusagen kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also deswegen sag ich mal, dieses Modell, anders als die Enterprise A, die man, äh, Enterprise D, die man nicht anfassen kann, ist die Enterprise A. ein Modell, was zumindest, ähm, transportabel ist, wenn man es vom Ständer nimmt und ein bisschen, äh, darauf achtet, dass, ähm, man es richtig anfasst, in Anführungszeichen. Die Klemmkraft war, okay, jetzt ist das passiert, was ich, äh, mir fast gedacht habe, was passiert. Jetzt sind die Warp-Gondeln abgefallen. Aber dann kann ich es nochmal zeigen. Guckt mal. So werden oben die Warp-Gondeln befestigt, ja. Also, der gesamte obere Teil, die andere Seite ist mir auch abgefallen, ähm, die gesamte obere Teil ist damit einfach nur befestigt und wie gesagt, an dem Schiff selbst mit dieser Vorgabe. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass es, ähm, ich sag jetzt mal, Produktionsreihen gibt, die noch weniger Klemmkraft haben als bei mir. Wie gesagt, bei mir wird es halten, wenn man es nicht zu sehr hin und her, ja, benutzt und, äh, durch die Gegend damit hantiert. Also das, was ich jetzt hier mit der Kamera gemacht habe, es wundert mich nicht, dass es auseinandergefahren ist, weil, wie gesagt, das sieht schon nach Sollbruchstelle aus, in Anführungszeichen, und ja, leider verhält es sich dann auch so. Moment, ich muss kurz die Warp-Gondel retten. Tada! Tada! Sie ist leider etwas, äh, auseinandergebrochen. Okay, also jetzt ist das Schiff übrigens nicht mehr ganz gut, äh, tang, äh, austariert, sodass es im Prinzip auseinanderfällt, aber das macht nix. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Äh, hm? Das geht nach unten. Das ist nach oben, das ist falsch rumgedreht. So, wollen wir ja richtig rumdrehen, ne? Und auch wieder zusammensetzen, was gar nicht so, äh, schwer ist. Also, das hier wird einfach nur gegengeklemmt, ja, so, unten, und dann kann man das halt wieder an seinen Platz drücken. Tada! Da ist es wieder komplett. Ja, also wie gesagt, das Modell ist gar nicht schlecht. Es sieht auch schön aus, wenn es rumsteht. Wie gesagt, auch auf dem Ständer dann, der Ständer ist ein bisschen problematisch, weil er unten nicht eben ist. Ähm, aber es macht Spaß. Es ist relativ einfach zusammenzusetzen. Es besteht aus 504 Teile oder Teilen. Ähm, klingt jetzt nicht so viel, äh, ist es auch nicht, aber, äh, die Teile sind in sich halt, ähm, ich sag jetzt mal, vernünftig verbaut. Man hat keine Fremd, äh, Farben, außer die, die man halt hier so sieht. Ich wusste gar nicht, dass die Enterprise, äh, hier oben blau ist. Manchmal wundert mich ein bisschen die Farbgebung auch. Okay, dafür ist es wirklich nicht gedacht. Ähm, auch hier der Deflektor-Schild wundert mich auch ein bisschen. Aber ihr seht schon, wo die Sollbruchstellen sind, so, ich setze es jetzt nicht mehr zusammen, das mache ich dann, um es wieder hinzustellen. Wenn man es nicht, be, ähm, bewegt, oder nur zum Abstauben vorsichtig hin und her schiebt, alles gut. Wenn man damit wirklich spielen will, fällt es auseinander. Wundert mich auch nicht. Aber, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es Produktionsreihen gibt, wo die Teile nicht so gut zueinander haften und halten. Und dann, ach, ich glaube, ich kriege man die Warp-Gondin nicht wirklich dauerhaft ran. Dann hilft nur noch ein wenig Klebstoff. Und, ähm, das ist dann ganz schade. Sagen wir es mal so. Gut, aber ihr habt das Schiff gesehen, ihr habt auch gesehen, irgendwie hält's. Und, wie gesagt, aus meiner Sicht, zum Abstauben geht es, reicht es. Und, äh, vitrinenmäßig auch okay, aber, für mich eben auch nicht. Ja, es ist nicht ganz so fragil wie die Enterprise D, die man auch beim Abstauben sozusagen schon auseinandergenommen hat. Aber auch hier, naja, ich sag mal so, ein bisschen mehr Klemmkraft würde ich mir an der einen oder anderen Stelle, wie man gerade gesehen hat, doch wünschen. Ja? So. Das soll's jetzt von der Enterprise NCC1701A, dem, äh, Flaggschiff der Föderation sozusagen gewesen sein. Ach so, für alle, die sich fragen, wo sie es herkriegen, das kommt aus der Reihe von Bluebricks. Das ist das Mid-Size-Modell. Ich weiß gar nicht, ob es von dem Ding nochmal ein kleineres Modell gibt. Ein großes Modell gibt's nicht. Nur mal so. Ähm, und, ja, also deswegen von der Firma Bluebricks, äh, offiziell lizenziert, die Enterprise NCC1701A. Ja, das soll's jetzt von mir an der Stelle hier erstmal gewesen sein. Ihr werdet auch noch das andere Modell, was ich gebaut habe, demnächst auch noch sehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich mach da auch noch ein Video. Mach ich sogar jetzt gleich noch danach. Und da reden wir dann über den Borg-Cubus im mittleren Größen-Segment. Aber das im nächsten Video sozusagen. Und ich danke euch für euer Interesse und hoffe, es war ein bisschen informativ. Und dann, ja, bis demnächst, im nächsten Video, was auch immer ihr euch da anseht. Also dann, macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020